Und damit herzlich willkommen zurück zu Duelist gegen den Dalu Kart. Wir spielen wieder das Kartenspiel, was ich schon gesehen habe, wahrscheinlich bei Dalu auf dem Channel. Und wir machen hier zwei, da würde ich sagen. Es gibt eine Revanche. Könnt ihr in der Videobeschreibung das Spiel natürlich finden. Auch hier gibt es einen extra Link auf dem TT-Kanal und wir werden auch hier vielleicht in die Kommentare noch Keys schreiben, die ihr in-game eingeben könnt. Alex nimmt... Wer nimmst du? Die rechts oben. Vetruvian. Ich hab Shanghai. Shanghai schon awesome. Man muss natürlich jetzt bedenken wie der Standarddecks. Und wir haben nicht alle 14 Karten. Das heißt, wir haben eigentlich zu wenig Karten, aber es ist ja trotzdem okay. Ja, richtig. Wir spielen Basic jetzt in den Duellen. Ich kann nur zwei Karten austauschen, das ist frech. Oh scheiße, was habe ich denn jetzt gemacht? Was ist denn das? Hand abgeworfen, mein Freund. Dann muss ich gleich erst mal lesen, was die Karten können. Okay. Na gut. Oh, guck mal, auch eine andere Map jetzt. Irgendwo im Weltraum. Ja, anderer Hintergrund. Hä? Achso, ich seh... Radiant hätte ich die Karten nicht gesehen, oder? Als ich es war und das... Naja, egal. Ähm, na gut. Was kannst'n du? Beschwört ein Eisenderwisch... Einen Eisenderwisch mit 2-2 auf einem zufälligen Feld neben deinem General. Alles klar, was kann ich? Keine Ahnung, was das macht. Wahrscheinlich so ein Traund-Ding. Du spawnst... Ne, du spawnst ein 2-2er-Minion. So, was kann ich denn machen? Äh, was habe ich denn? Drei Mana. Gut. Ich kann nichts machen. Natürlich geschickt, was er da macht. Ja... Ja... Du hast auch genau 21 Karten entdeckt. Lustig. Wir haben gleich viele Karten. Achso, oder? Haben wir? Ich glaube, ja. Was sind das denn für Samurais, die da spawnst, ne? Äh, Shang Tsung Hai. Das an sich ist ja ganz cool. Der kann, glaube ich, hat keinen Gegenangriff, ne? Der Fernkämpfer, oder was? Ja. Ja, wenn du... Du kannst keinen Gegenangriff im... Also nur, wenn du nebeneinander stehst, geht das. Aber du hast dir auch das da noch geschnappt. Bringt dir das was? Nö. Ich guck grad eher, was ich hier... Ich glaube, es bringt mir nix. Und jetzt kannst du einen da unten zerfetzen rein, theoretisch. Ja, theoretisch müsste ich den jetzt angreifen können. Ja. Genau, das ist der Plan. Und Fernkämpfer, Dude. Jetzt versuche ich was. Ja, ich dürfte ihn nicht zurückschlagen. Was ist das? Teleportiert. Verbinde... Okay. Achso, damit du... Ah, das zählt nicht. Es zählt nur genau von hinten. Achso, du wolltest... Also nur wirklich... Das ist so ein Angriff, oder was? Wenn ich dich von hinten angreife, gibt's keinen Gegenschlag. Ah, okay. Und ich dachte, dass die drei Felder hinter dir zählen. Okay. Aber du konntest nicht hoch, ne? Noch eins, oder? Ne, ne. Ich konnte leider nicht weitergehen. Äh... Ich hab noch dreimal... Aber das sind keine Karten, ne? Wie ich grade wahrscheinlich auch. Ah, du hast noch einer. Irgendwas mit einem Damage, glaub ich, oder? Immer wenn ich einen Zauber wirke, kriegst du Schaden. Dreimal. Was macht denn das? Ich weiß nicht, was dieses Eisending halt ist. Ah, du kannst um dich rum, also die neuen Felder um dich rum, dann spawnst du zwei Zweier-Minion. So wie ich mit der... Mit der anderen. Nochmal, ein... Mit zwei Angriff und zwei Verteidigung hat der. Ah, nur um dich rum. Die neuen Kästchen. Ich will mal gucken, wie's aussieht. Achso, das ist random. Ach, verstehe. Okay. Naja, gut. Also, ich kann's überall hinsetzen rein theoretisch, aber es wird einfach bei mich rum... um mich rum platziert. Oh, der sieht aber böse aus. Sieht geil aus, oder? Hm. Wie viel Mana hab ich denn? Noch vier. Wie viel Mana gibt denn so'n Ding eigentlich? Plus eins, ne? Ja, und nur für diesen Zug. Strahl. Alter, das ist ein Strahl. Ja, jetzt ballerst du noch raus, ey. Ja, ich hatte auch Zeit. Ich hab leider nur Buff-Karten, glaub ich, auf dem Deck, wie's aussieht. Aua. Das ist für mich ja so'n starken Fernkämpfer. Das gibt's ja nicht. Ja, aber dafür geht's grad sonst nichts. Ich brauch' ne andere Karte. Ja, wie gesagt, unser Deck ist halt nicht voll, ne? Wir haben für uns viele bestimmt wichtige Karten. Na, kannst du wieder von hinten machen? Ne, diesmal nicht. Ne, ne, du stehst da genau, ne. Neul wieder ausholt. Das sah ja lustig aus. Hast du's grad gesehen? Ja. Ja. Ja, naja. Ich tausche meine Karte aus, wa? Äh, hallo? Oh Gott. Kann ich die nicht austauschen? Doch. Okay. Ähm, vier... Okay. Oh shit. Ist der ein Sturm? Ne, ne. Klug und letzter Wunsch. Hallo. Na, kannst du einen davon nur noch weg... Oder zwei kriegst du wahrscheinlich weg sogar. Ach, du kannst ihn jetzt von hinten machen. Ja, der einer hat drei. Na, okay. Oh, jetzt hab ich wieder nix. Aber wenigstens falte ich dich auf null. Ja. Halt. Das macht keinen Sinn. Ähm... Hör doch mal auf zu mir zu kommen. Was macht überhaupt dein Zauberstab? Dein General hat zwei Angriffe. Toll, hinter mir. Was ist denn das für ein Posten, ey? Hehehe. Hä? Sechs Mane hat er noch, ey. Der kommt halt noch fiese Sachen gleich. Ja, weil... Ja, ich glaub nicht. Hm. Na ja. Ja, den kannst du wenigstens nicht wegbomben damit deine komische... Die, was du da mit dir hinterher... Was dir hinterher läuft. Teleportiert er einfach mit... Okay. Ja. Piu. Da haut der einfach ab. Dein Haustier, ne? Ja. Ich brauch den aber auch. Ja, der macht zweimal Dammit. Ach, die machen alle. What the fuck. Nein, der... Immer wenn ich einen Zauber wirke, kriegst du einen Schaden. Also der ist doof, und das Blinzeln. Und das Blinzeln. Genau. So'n verseuchten Zombie. Der hat sechs Leben. Das ist wirklich scheiße, ne? Oh, das solltest du nicht tun. Ah, okay. Du solltest auf jeden Fall nicht draufhauen. Der macht doppelten Schaden am General. Echt? Der hätte dich... Ja, der hätte dich richtig verprügelt. Kannst du mal... Oh, Mann, ey. Lass doch mal meine... Mein Ninja in Ruhe. So, damit... Halt. Hallo. Okay. Der Ninja ist scheiße, ey. Der nervt. Hast du davon noch einen? Weißt du nicht, ne? Ich dich gar nicht sagen. Na, was ist denn mit dem fracken Ninja los? Einmal... Ne, was war das? Schafe Klinge. Schafe Verstand. Na, der wurde ge... Boah. Noch so'n Vieh. Die ist mir ganz schön am Keks, ey. Oh, jetzt... Jetzt kommen die Harten, oder was? Ah, noch nicht. Ah, okay. Du kesselst mich aber ein. Naja. Komm, bitte spawn richtig. Ach, Mann, du bist doch unfähig. Oh, ne? Ah, okay. Oh, ganz oben links. Ja, nicht schlecht. Oh, welcher kann der noch angreifen? Hallo. Was wird das? Ja. Ich glaub, der Ninja muss weg. Aber der killt den jetzt einfach, ne? Guck mal, keiner von meinen Charakteren kann der Ninja killen. Auch mit einem Hit. Was hast du für... Ne, du hast keinen Buff. Ja, du hast halt deine Golem-Spawn halt immer, kacke. Oh, jetzt kann der einen aber töten. Mein Ninja! Nein! So, jetzt kommst du nicht mehr weg. Arno, wie kannst du noch seitwärts laufen? Scheiße. Nein, der kommt wieder weg. So'n Scheiß wie... Und der fordert sich wieder weg. Und der fordert sich wieder weg. Oh nein, das hat gut damage gemacht. Hä? Warum bewege ich dich? Achso, das ist deine. Alter, voll das Blutbad hier. Bei Schaden nehm ich mit. Ja. Na, der kann auch mal damage machen. Kannst du dich auch selber porten damit? Äh... Vielleicht, das weiß ich nicht. Weißt du nicht, ne? Dein... Dein Charakter ist ja ganz geil. Der... Also Strahl als Fähigkeit. Ähm... Lässt sich so in so'n... Nach links... Also vertikal und horizontal... Schießen. Welche Fähigkeit? Der Pyro Man, den du grad unten rechts leider bewegt hast. Achso. Ähm... Der hätte Strahl gehabt. Der hätte von da, wo er stand, meinen Ninja angehalten können. Aber du kannst auf jeden Fall jetzt mit dem Modder-Menschen da oben meinen Ninja killen. Wie denn? Kann der nicht zwei Felder laufen? Ja, aber er kann ja nicht schlagen, oder? Ach doch, stimmt. Ja, er kann laufen. Ja, ja. Ey, ey, ey. Das ist alles deine, ne? Das ist alles deine. Jetzt will ich mal gucken. Leute. Oh, voll das Kamehameha hast du das gesehen. Oh, voll das Kamehameha hast du das gesehen? Ja, so ne Längse. Okay, 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 okay. Ich muss hier weg. Jetzt portet er sich wieder. Kann ich nicht. Warum nicht? Ich muss hier mal nicht deckern. Ah, das geht nicht. Okay. Ah, das wäre, glaube ich, ziemlich stark gewesen. Aber du kannst doch so einen Zombie killen. Oder holen. Oh, der macht doppelten Schaden, ne? Oh, damit ist er tot, mein Charakter. Ach, shit, das Artefakt ist auch schon abgelaufen. Ne, du hättest nur ein Damage bekommen. Na, ist das ein Zeit-Event, oder was? Ne, ja, das ist so ein Artefakt. Ah. Das hält drei, bei deinem zum Beispiel hält zwei, dein General hat zwei Angriff. Daneben siehst du so zwei kleine weiße Punkte. Das Event hält nur noch zwei Mal. Ach so, okay. Ah, interessant. Hey, was soll das? Man hat nur neun Mana insgesamt. Ja, was willst du denn alles machen? Alles. Ich hab nur noch High-Karten. Also, teure Karten, sagen wir es mal so. High-Karten, weiß man ja nicht, ob es High ist dann. Das ist zu schnell, ich kann es gar nicht so schnell lesen. Sieht man das? Man kann links, glaube ich, aufklappen, da sieht man ja, ne? Was ist gelaufen, also da? Ja. Teleportiert ein Verbündeten irgendwo hin. Wunderschön. Okay. Ne, macht immer noch Doppel-Damage. Ja, aber das könnte trotzdem für mich zu Ende sein. Guck mal, verlebt mich nur noch. Ja, aber ich kann dich nicht killen. Mit keinen einzigen. Und dein Dings kann ich mich immer killen, weißt du? Aber du könntest immer noch den unten rechts töten. Genau, das muss ich jetzt auch machen. Das ist jetzt die Frage, ob es funktioniert. Muss ich hoffen, dass es funktioniert. Ich bin nicht sicher, ob es funktioniert. Mal gucken. Du provokst auf jeden Fall den, der drinnen steht. Genau, das ist die Frage. Aber ich gehe einfach raus. Nein, ich kann nicht rausgehen. Die Frage ist, ob du vielleicht mit Fernkampf draufziehen und weiter schießen kannst damit, weißt du? Es funktioniert, ne? Sieht so aus. Ja. Nein, kann ich nicht. Ne, geht nicht? Okay. Interessant, dass der Taunter so stark ist dann, ne? Ich hatte noch einen Zauber mit drei Damage. Hätte ich den nicht gehabt, hättest du gewonnen mit dem Pro Bowl. Ja, Fernkampf ist sehr, sehr stark in dem Spiel. Also Fernkampf gewinnt das Spiel, würde ich sagen sogar. Boah, aber wenn ich jetzt die, wenn du vier Leben gehabt hättest, wär's vorbei gewesen. Das war das einzige, was ich tun konnte. Ja, also wenn man online spielt, trifft man eigentlich nur auf Fernkämpfer. Ich habe vorhin ja mal sechs Runden gespielt, du hast nur Fernkämpfer als Gegner gehabt. Aber interessant auf jeden Fall. War ein knappes Ding auf jeden Fall. Das war super knapp. Also der Zug hätte auch mein letzter sein können. Genau. Ja, hoffentlich hat es euch gefallen. Wie gesagt, der Link ist in der Beschreibung. Bei Steam findet ihr das auch. Und ja, kurz gucken wir mal, ob wir die reinschreiben in die Kommentare oder nicht. Ja, bestimmt schon, ne? Ja, genau. Wir haben bestimmt eine ganze Menge. Und wenn ihr das Video von damals noch nicht gesehen habt, guckt auf jeden Fall da auch nochmal vorbei. Da gibt's auch nochmal einen Kampf oder gab's einen Kampf. Ja. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Und heute um 20 Uhr kommt natürlich noch ein Video, ne? Ja, stimmt. Heute um 20 Uhr, genau. Also wir sehen uns wieder. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.